Jetzt verabschiedet. Ich habe eine Extreme Frost, ey. Ficker! Das macht mich aggressiv, die Leute hier, ne? Die wollen nicht sterben. Ne, ich habe auch wieder so richtig viel überlebt. Warte, 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 warte. Du hast eine Bombe. Er hat dabei zu bleiben, ne? Guck dir das jetzt mal an. Ich habe ihn geklaut. Zurechiger. Ey, ich hätte Pein und auf Twitch umgebracht, ey. Wuhu! Er hat mich halt da durch einen Lackshot mal wieder. Braverick hat halber HP an der Tür, der kommt da easy durch übrigens. Boah, du kriegst rechts von dir, rechts von dir. Der ist schon drin. Zeig ich ja, der kommt da easy rein. Keine Ahnung, die Verteidigung da ist ein bisschen... Scheiße, weil keiner On-Spot ist? Meinst du das? Scheiße! Ja, ich weiß ja nicht, was ein Doc sich denkt, nicht On-Spot zu sein. Alle tot. Was war das denn für mich, was hier explodiert ist? Claimor nennt sich das. Schade, keine Probleme. Ein Barber des Griffes. Das war wirklich. Der andere ist da unten. Der ist nicht von mir. Ich weiß nicht. Ich hab' den Wo ist weiter? Rechts. Also in dem Raum, wo du hinguckst, aber einfach weiter rechts. Von hinten. weiter was macht denn jetzt alle sind toten machen nichts ganz schlaff links ist ja genau auf der left und auf der left und auf der right last one auf der right er muss defusen er muss defusen alter was macht er denn du kannst doch nicht im league defusen holen kann es von mir hin wo ich klinge ja ich gehe den langen weg er hat nur mitgetötet alter fros bleibt doch dann wenigstens hier am bord das wort oder und ich gehe dann wo alle anderen sind wo ist jemand hier oben wo und wo ist von den Lukas rechts ein kapital alter hä? oh Gott nein Jekyll Jekyll war unter dir an der Stairs hättest du jemanden so ein bisschen eingeschossen oder? nein wie sie haben jetzt gefühlt es war Frust kapkan, warum machst du das, das ist doch kapkan, warum machst du das, das ist doch nein, kapkan, nein ich hab fast einfach gesehen, wie ein Suizid begeht hat bei mir hast du einfach noch hier deine Kreuzkarte so, dass du getroffen wurdest ich wurde auch getroffen ok es sah komisch aus, bei mir ist erst das Kreuzkarte schon und danach hast du ihn gekillt bambambambam Die haben Jacker und Talmud. Ich bin auf dem Weg. Jacker ist tot. Ich habe einen F-1T. Ich habe einen F-1T. Das war Klass. Ich habe einen F-1T. Ich bin auf dem Weg. ne? Ja. Das ist mein Klier. NEIN! Das war mein erstes. Ok, dann wo wir. Ich komm jetzt nicht um die rein. Ich bin auch da her. Junge, langsam. Schaff ich den Kobi? Ah, fast. Die haben Blitz. Ach Gott. Ja, Lion ist irgendwie neben uns. Nein, ich hab... Ich hab... Warte, witzig, aber dieses Timing, wenn ich C4... Zwei Leute in meiner Matte. Nein, ist bei dir. Ah, der ist rein. Ah, Nordfenster war das. Komm, der Ace ändert war. Liegt nicht mehr in der Matte. Er hat einen Diffuser gehabt. Ja. Ich kann sehen, wenn er Diffuser aufgenommen wird. Ja. Er hat einen Blitz. Bis an A. Und Kapital und B. Über den B, Chris. Über den B, Vorsicht. Ja. Der wurde gerade Revive. Jackal, Defuse. Da ist noch ein Jackal. Ich kann nicht sehen, ob er aufgenommen wird. Defuse, 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 defuse. Ja. One ping. Jackal, irgendwo. Beide dort, beide. Oh mein, ich hab noch. Jetzt sehen wir nichts mehr. Kannst du nicht durch die Wand durch? Let's just lose. Links ist doch noch. Nice. Good job. Ja moin. Easy, ne? Easy. Ist das eine Pistole? Ja. Die geht zum Toppen. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runter nehmen? Mario, sag einfach Ja oder Nein. Äh, ja. Ach so, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja. Die haben verboten am Start. Saron. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Lass mich. Oh mein Gott. Ah.